Ich glaube, dass es Zeit wird, dass du Teil der Familie wirst. Ich freue mich. Es ist eine große Ehre für mich. Ehre. Sorry, Ehre. Du musst den Auslöser drücken. Ich habe aber schon einen Auftrag für dich. Zurück zum Spiel. Ich spiele Dame H4 Schach. Du weißt, dass wir Poker spielen? Das Leben basiert auf Respekt. Wenn du in dieser Familie respektlos bist. Zeig mal, was ich jetzt mal sagen wollte. Tony, setz dich. Ähm, okay. Tony, wir haben ein Problem. War Tony Lasagne hier? Ich kenne keinen Tony Lasagne. Vielleicht hilft das. Aber immer noch besser als so. Töten wollen die uns sowieso. Wenn wir das machen, werden sie uns irgendwann finden. Und wie wollen die uns denn finden? Die sind uns immer einen Schritt voraus. Wir sind am Arsch.